Und jetzt sind hier trotzdem alle bereit für diese 90 Minuten an diesem, für den VfB 2 so wichtigen 26. Spieltag. Los geht's, die Gäste stoßen an, ganz in blau in dieser ersten Hälfte von links nach rechts. Die VfB U21 in weiß mit dem roten Brustring. Sind wohl zwei Sachen vorgefallen, aber jetzt Achtung, wieder mit Lilian Ekloff und Schiplock mit der Riesenchance und der Führung für den VfB, neunte Minute, Sven Schiplock, 1 zu 0. An den Mann zu bringen in der Ablage oder die festzumachen. Und jetzt ist er dann auf einmal doch drin. Und das war genauso eine besagte Situation, sich nicht mal ein. Am Ball, TBD nochmal mit der Verlagerung. Bennets, vielleicht nochmal einer, der jetzt auch Tempo nochmal mitbringen kann hier für diese letzten Minuten. Gegen die schon müde gespielten Firma Sensor. Oder er macht ihn einfach direkt rein, ganz frech. Shaden Bennets. 2 zu 1. Und dazu der 0 zu 1 Derby-Niederlage der U19 hier gestern Abend gegen den KSC. Und dann lässt er doch nichts mehr nachspielen, hätten ruhig noch 30 Sekunden für meine Verhältnisse geben können. Und so jubelt hier der VfB Stuttgart die Uhr 21 des VfB. VfB Stuttgart